Ja, Philipp ist ein junger Mann, der sehr stringent seinen Weg geht, der ihm auch vorgegeben ist und der auch schön geebnet ist. Also er kommt aus Elternhause, wo er sich keine Sorgen machen muss. Er war Einzelkind, ist immer geliebt worden, hat ein Selbstbewusstsein, was sehr beträchtlich ist, möchte ich meinen. Und er fühlt sich wohl in seiner Haut und das merkt man auch. Und das ist wunderbar, die Leute mögen ihn auch. Ich glaube, das ist kein unbeliebter Mensch, der Philipp. Und das mag die Maike auch.